So Freunde, Willkommen zum Testvideo eines bestimmten Heldens und zwar sage ich noch nicht wer es ist, ich muss erstes einen Gegner finden. Machen jetzt die sechs pvp und gucken wir mal wie er sich da drin schlägt. Okay der Südkoreaner ist wie immer online, habe ich gestern schon dreimal versucht. Umgekehrt zwei reihe. Okay passt nicht unbedingt, aber wir nehmen dieses Team, weil da ist der Held drin den wir testen wollen, nämlich Mr. Lord Loki, Herrscher Loki. Er ist noch nicht ganz fertig, ein paar Embleme kriegt er noch ein paar Stufen, aber ich habe keine Nahrung mehr und wir gehen einfach mal mit diesem Team rein. Das war ja mein siebtes Team für den Krieg, für den Aufbau und so, weil ich da zu Gange war und wir gucken jetzt einfach, nehmen den einfach jetzt mal mit und im Endeffekt müssen wir nur zusehen, dass er geladen wird. Ja, dann haben wir jeden Helden, den wir wollen. Gucken wir mal ob hier ein Diamant kommt, perfekt. Jetzt müssen wir erstmal Isania wegnehmen. Da sehen wir nämlich auch gleichzeitig wie Thor sich macht. Ah, das ist ein interessanter Kombo hier, die beiden, Thor und Loki. So. Okay. So, jetzt lass mal überlegen. Wir haben Liana, wir haben Asla. Frieda hebe ich mir tatsächlich, oder? Hebe ich mir Frieda auf? Ja, eigentlich schon, ne? Wir machen das mal so. Jetzt da drauf. Jetzt hauen wir Liana mit ihrem eigenen Special weg. Ja, das ist der Trick dabei, weil es halt jetzt auch noch der elementare Deathdown ist. Deswegen macht Loki da ja noch ein bisschen mehr Schaden. Das ist so ein Gedanke dabei. Müsste eigentlich das auch so hinhauen. Ähm, das Ding ist halt einfach. Man muss halt jetzt auch, man muss den so ein bisschen abpassen. Also das Blöde ist halt, du wählst halt den Helden aus. Er trifft halt dann auch den Helden dementsprechend, ne? Es ist halt nicht so, dass ich jetzt sagen kann, ich nehme jetzt Liana Special. Da ist sie wieder. Hat ja viel gebracht. Natürlich. Das darf nicht wahr sein. Es darf einfach nicht wahr sein. Und du nimmst dann Liana Special und killst Albi. Das geht nicht. Aber was ist das denn jetzt schon wieder für eine Scheiße? Jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt mal wirklich ohne Spaß. Warum? Warum? Ausgängig. Als ob ich es geahnt hätte. Als ob ich es geahnt hätte. Weißt du? Richtiges Dreckspiel teilweise. Ja, super. Aber wir haben ja Loki. Ist ja noch nicht gelaufen mit Schaf. Schaf kann auch wiederkommen. Aber jetzt, pass auf, pass auf, haut mir jetzt Loki weg. Okay. So, dann müssen wir mal jetzt den Albi machen. Hoffentlich ist meiner hier besser. Okay. Haha. Das Schaf ist wieder da. Haha. In der Drecksack. So. Und Thor ist jetzt mittlerweile dritte Aufladung. Richtig? Korrekt. Dann, ähm. Gehen wir einfach auf alle. Machen wir drauf. Komm. Okay. Die haben natürlich jetzt alle noch den, ähm. Death Up und sowas. Alles, ne? Alles ein bisschen tricky. Ja. Das könnte ein längerer Kampf werden. Das ist ja immer wieder so gar nix, ne? Ist ja so gar nix. Es kommt nix. Da haben wir jetzt hier mal blau. Ach Junge, lass doch mal dieses verkackte Schaf in Ruhe. Was ist denn da los? Mal auf dieses kack scharf. So. Muss ich wieder den Albi machen, ne? Dann wieder unsere Leute hier holen. Aha. Beide wieder da. Hahaha. Mein Albi funktioniert besser als der Originale. Hahaha. Das ist schön. So, das ist doch schön. Wenn der, wenn das Trugbild besser ist als das Original. Albi, das sollte dir zu denken geben. Ähm. Nehmen wir mal hier. Bald haben wir sogar Asla hier weg. Ach. Ja, komm. Da hab ich ihn jetzt getriggert oder was. Jetzt hol auf einmal Isania wieder. Ah, das kannst du mir nicht. Wie lange brenne ich denn hier überhaupt noch? Was soll das? Witz, wie lange brenne ich denn hier überhaupt noch? Mal aufhören. Mal auf jetzt zu brennen hier. So. Jetzt gucken wir erstmal. Dass wir den kleinen Feuerteufel da wegkriegen. So. Was machen wir jetzt mit Loki? Sie heilt gleich wieder. Weißt du, was wir machen? Wir gehen jetzt da drauf und nehmen die gelben noch mit. So. Das war jetzt Glück, dass wir hier noch ein Blau kriegen. Was wird nicht reichen? Natürlich reicht es nicht. Ja, ja, ja. Natürlich nicht. Okay. Aha, wiederbelebt. Aha. Wir müssten jetzt nochmal gucken. Oh nein. Jetzt ist er wieder down. Ach, jetzt geht das ganze Dilemma hier wieder von vorne los, oder was? Lass den Loki stehen. Lass den Loki stehen. Geh aufs Schaf. Geh aufs Schaf jetzt. Ja, oder da. Das ist auch okay. Wir machen erst Loki. Wir machen erstmal eben Frieda hier drauf, damit dieser ganze Heilungsgedöns weg ist. So. Jetzt nehmen wir den Albi. Aha, Thor ist wieder da. Korrekt. Jetzt machen wir das Schaf. So. Dann sind wir erstmal wieder ein bisschen fluffiger. Dann machen wir Isania wieder weg. Ähm. Gucken wir mal, dass wir Vivica wegkriegen. Oh, das wird schwierig. Dann holen wir uns lieber hier nur die Steine. So, das sollte reichen. Okay, perfekt. Dann ghosten wir die hier. Ja, auch gut. Okay, sehr gut. Ähm. Äh, 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 äh. Ja, wir machen das mal. Bringen wir Albi weg, zufällig? Nee. Boah, also, also der, der Loki, der funktioniert ja, also der bringt ja jedes Mal einen wieder. Also da bin ich ja schon schwer begeistert von, muss ich ja mal sagen. Also, da brauche ich gar nicht das Original an Albi. Wenn ich meinen Loki habe hier. Ach, Junge. Letzter mal, gut. Drecks wie. Ja, Tiebreak, ich weiß doch. Geht mir doch noch eine Sekunde. Jetzt ist natürlich, oh je. Jetzt ist natürlich der einzige Nachteil bei Loki. Jetzt macht er keinen Schaden. Er macht jetzt, er covert jetzt immer hier das Special, ne? Aber ist egal. Puh. Aufregender erster Kampf. Und Loki hat seinen Wert bewiesen, ja? Ich denke mal, ohne Loki, wäre das, äh, in die Hose gegangen. Also sehr cool. Und das Geile ist ja, du kannst ja eigentlich Loki zu jedem Gegner mitnehmen. Ja, Loki kann der, der eine sein bei einem 3-1-1. Kann jetzt hier in einem 3er-Team stehen. Der kann in einem 2er-Team stehen. Eigentlich überall gut, ne? Er hat jetzt bei mir die 30er-Truppe. Weil ich noch keine 23er habe. Sobald ich eine 23er habe, ähm, kann ich auch theoretisch gucken, dass ich ihn mit jemandem schnellen zusammen packe. Ja, zum Beispiel mit einer Misandra oder sowas und ihn dann vielleicht irgendwie, äh, gegen Teams mitnehme, wo Heiler drin sind. Dann ist er mein Heiler. So, ne? Könnte man, könnte man überlegen. Ähm, dann wird er die 23er kriegen und der Schnelle hält dann die 30er. So, ich würde einfach mal sagen, umgekehrt. Das heißt, du bist außen, du bist außen, du bist daneben. Dann haben wir hier was für die Seite. Komm. Nimm dieses Team jetzt einfach mal weiter. Kaltor ist auch ziemlich cool. Mit dem macht das auch eigentlich viel Spaß, muss ich sagen. So, dann gehen wir hier jetzt auf Sartana. Was habt ihr eigentlich alle mit diesem verkackten Schaf? Jetzt mal ohne Witz. Lasst dieses scheiß Schaf doch mal in Ruhe. Ja, das ist gut. Ja, das kriegst du gleich wieder, Wander. Warte ab, warte ab, bis Loki fertig ist. Dann kriegst du diesen ganzen Schmoller, den du mir da zuschickst, kriegst du auch wieder. Ist das Schaf down? Scheiße. Ist das Schaf wirklich für immer down? Das kommt nicht mehr wieder. Was grechnet der Heiler, ne? Heiler ist down. Weil, da hätten wir eigentlich auf Dingens machen sollen. Egal. Machen wir das so. Und so. Ja, jetzt schießt der Tomos. Aber ich konnte es nicht anders machen. Das ist das Ding. Kann sein, ja. Das verlieren wir sogar. Ja. Vielleicht kann Thor noch ein bisschen regeln, aber ich glaube eher nicht. Glaube eher nicht. Nein. Oh je. Ja, das war das Blöde. Weil sie mir wieder voll aufs Schaf gegangen sind, ne? Das ist halt noch das Problem. Bei dem Team. Dass das Schaf noch nicht stark genug ist. Und die Boards sind halt auch kacke. Ja, sie sind wirklich scheiße. Also. Jetzt machen wir den Diamanten, damit wir mal diesen ganzen Rotz da wegkennen. Boah, es passiert halt einfach nix. Ja. Es passiert null Komma nix. Was mir irgendwie hier helfen würde. In irgendeiner Art und Weise. Steine bleiben halt einfach in der Scheißfarbe da stehen. Jetzt geht er natürlich direkt auf Loki. Das ist natürlich auch super. Und ich weiß nicht woran es liegt, aber Vela triggert mich im Moment sowas von dermaßen. Die verarscht mich sowas. Jedes Mal. Jedes Gottverdammte Mal verarscht die mich. Ja gut. Das hat sich auch erledigt, dieser Angriff. Den haben wir auch verkackt. Weil da kannst du jetzt schon sagen, Loki der Erste, der drauf geht. Das ist schon mal nicht gut. Atomos killt jetzt den Rest, weil wir sind nicht startklar für Krampus. Ich weiß nicht, ob das die Grenzen von diesem Team sind oder ob das einfach jetzt wieder hier eine Scheißserie ist, dass man hier wieder nix gebacken kriegt, weißt du. Das ist halt immer auch schwierig bei dem Testen rauszufinden. Im Endeffekt hast du gerade gesehen, Loki hat uns den Arsch gerettet. Jetzt ist er als erstes tot. Liegt es jetzt daran, weil Loki tot ist, dass wir verlieren? Nur liegt es einfach daran, weil wir zigtausend Millionen Trilliarden Kombos kriegen und es passiert einfach nur ein Scheiß. Weißt du? Guck mal. Also. Da kannst du mir wieder sagen, was du willst. Da verarscht dich das Spiel doch wieder. Ja und gleich kommt wieder irgendwie, kommt der Klick hier. Guck mal, das sieht aus wie das Match nach dem Motto, bevor du die Lust verlierst, kriegst du jetzt wieder hier Steine. Gucken. Ja, das hat hier sehr starkes Potenzial dafür. Ja, guck mal, da kommt Blau nach. Und direkt auch Gelb. Das ist alles sehr schön. So, weißt du, was ich jetzt mache? Jetzt cover ich mal hier Wähler. Zack. Natürlich gehst du auch scharf. Okay, dem bleiben wir uns treu. Alles klar. Es ist halt wirklich, also man kann Helden testen. Man kann so viel spielen mit einem Team, wie man will und sagen, es ist gut. Dann gehst du den Krieg, kriegst du seine Steine und das war's. Also, deswegen dieses ganze Geteste von Helden ist für alle schön und gut. Ja, wie sie zusammen funktionieren und was. Das Einzige, was du testen kannst, ist, wie verhält sich das mit dem Mana? Wer ist Mann mit wem geladen? Und das weißt du, wenn du, wenn du dir deine Truppen anguckst. Ja, das ist auch kein Geheimnis. Das ist kein Zauberwerk. Und, ähm, deswegen, weiß ich nicht. Was sagt das jetzt aus? Na, gerade in dem ersten Kampf mit Albi, da hat er uns definitiv den Arsch gerettet, weil er immer Albi, ähm, nachgemacht hat. Und immer die Helden zurückgebracht hat, das muss man ja fairerweise dazu sagen. Er hat wirklich jedes Mal, bei jedem Mal wiederbeleben, einen wiedergeholt, Minimum. Auf einmal waren sogar zwei tot, da hat er zwei geholt. Ähm, aber sonst, ja, gerade hat er keine Chance gehabt. Da waren keine Steine, da war nix. Und, ähm, dann ist natürlich klar, dass man dann verliert. Ja, wenn du brauchst halt ein bisschen was brauchst du. Aber so stelle ich mir das vor, wie es im ersten Kampf war. Ähm, wenn natürlich permanent auch dieses Kackschaf immer, jetzt kriege ich auch die Kiste nicht voll. Guck mal, wenn wir jetzt beide gewinnen, dann bleibt einer übrig. Weißt du, das ist doch auch schon wieder dieses Spiel, ja. Damit, damit triggert mich dieses Spiel auch. Das hatte ich, das hatte ich, äh, gestern oder vorgestern auch. Ich musste vier PvPs gewinnen. Was ist? Ich gewinne die ersten drei locker flockig. Ja, ohne Probleme. Und beim letzten kriege ich nur zwei weg. Hatte ich drei offen. Dann habe ich, weil ich jetzt nicht eingesehen habe, eine Flasche zu öffnen. Ich habe 45 Minuten gewartet. Das war, ich wollte ins Bett gehen, ja. Ich habe 45 Minuten gewartet für den letzten Angriff. Was ist? Mir fehlen drei Helden, die ich besiegen muss. Was passiert? Ich besiege wieder nur zwei. Da bleibt ein Scheißheld wieder stehen. Da habe ich aus Frust eine Flasche aufgemacht. Nur war mir sowas von scheißegal. Da habe ich gedacht, du Scheißspiel, Alter. Die Truhe, die nimmst du mir jetzt nicht weg. Die mache ich jetzt noch voll. Bah, das ist so eine Scheiße teilweise. Wirklich. Das ist, ach, das ist der, der dauerhaft online war. Ah, korrekt. Dann hoffe ich mal, dass sich jetzt das Warten hier gelohnt hat für mich. Oh, Mann. Da hat sich das Warten aber nicht gelohnt. Gelb sehe ich hier. Oh, aber irgendwas anderes. Also. So zum Beispiel. Da habe ich sechs Gelbe. Oh, nicht auf das Schaf. Was ist los mit dir? Bist du noch nicht richtig eingestellt? Träuche ich mich nicht. Ja, natürlich kriege ich ihn nicht weg. Natürlich. Natürlich. Oh, kleiner, dreckiger Ei. Ja, das ist mir jetzt egal. Das war mir nicht egal. Du Scheißspiel. Du richtiges Scheißspiel. Ähm. Was machen wir jetzt? Ähm. Wir machen mal Behrer hier. Ja. Jetzt trifft man am besten die beiden nur. Okay, das ist aber nicht schlimm. Weil wir kriegen dann schon mal keine Minions. Die stinker da. Okay. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich glaube schon wieder ein Match. Was mich, äh, an den Rand der Verzweiflung bringen wird, glaube ich. Brauche ich hier was Blaues. Brauche ich hier was Blaues. Danke für gar nichts. Brauche ich hier immer noch was Blaues. Geh immerhin ein bisschen Danke. Okay, wir müssen... Hä? Wir müssen nicht eigentlich mein Loki geladen sein müssen, nur mal so, nebenbei. Oder macht er das nicht mehr? Ich habe ja nicht geguckt. Das war schön, Thor. So, lass deinen ganzen Frust raus. So, ja, jetzt kommt er wieder. Natürlich. Natürlich kommt er wieder. Okay. Fehlt Weife. So. Campus machen wir jetzt erstmal. So, was wollen wir? Wir wollen eigentlich Heilung. Wir wollen Heilung. So. Heilen uns mal. Danke. Oh, das war schön. So. Den können wir so killen. Ach so, jetzt. Ja, dann warte ich. Dann killen wir erstmal nur ihn. Wir wollen jetzt auf Beera gehen. Heil ge-ghosted. Thor ist wieder am Start. Doppelt geladen. Wieder drauf. Wieder auf beide. So, jetzt holen wir uns Loki. Ja, machen wir auch Minions. Heilung brauchen wir jetzt im Moment nicht. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen das Problem. Loki ist in dem Sinne jetzt kein Killer. Also, wenn es jetzt am Ende darauf ankommt, Loki gegen Vivica oder so, dann heilen die sich die ganze Zeit gegenseitig. Und ich kann versuchen, nur Vivica mit Steinen kaputt zu kriegen. Ja, das ist ein bisschen, ähm, EC. Vor allem, wenn du dann halt keine Steine kriegst. Aber, ja. Dafür kann er halt, habe ich jetzt hier gerade eine Beera, mit der ich spiele, ne. Das ist auch das Schöne daran. Und ich habe einfach einen besseren Albi gehabt. Also, da bin ich immer noch, äh, schwer beeindruckt von der Quote, die er hatte. Und was man auch sagen muss, wenn man ein paar Steine hat, und der Schaf einem nicht direkt weggebumst wird, dann hat man auch einigermaßen, kann man auch durchhalten, mit dem Team. Ja, das ist ja auch die Sache. Aber du brauchst halt, ein bisschen brauchst du halt. Warum seid denn alle online? Nix. Ja. Das, oh, oh, das ist ein schönes Team. Oh, das ist echt umgekehrt. Ah je. Okay, aber umgekehrt, ähm, zwei rote, okay, das nehmen wir. Das ist ein schöner Abschluss jetzt. Gucken, ein bisschen blau vielleicht, damit wir hier mal so auf, auf Alfrieke machen können. Ja, erst mal gelb. So. Du kriegst erst mal einen ab. Hier kriegen wir auch ein blaues. Weil ich hole mir erst mal die blauen hier. Wir machen, oh, ja, ja, Machen das erst mal locker flockig. Odin löst aus. Nein, na, wir können nicht besiegen. Okay. Uh. Okay. So, jetzt sind wir aber am Start. Wir machen Krampus an. Wir gehen, ach so, es ist geschützt. Okay, wir nehmen den Buff weg. Das ist wichtig jetzt, dass wir den wegnehmen. So, und jetzt spielen wir Alfrieke. Tada. Oh, schade, hat Usena ausgerechnet Usena nicht getroffen. Das ist natürlich wieder typisch jetzt für mich. Aber gut, dass wir Krampus am Start haben. Weil Krampus interessiert das nämlich auch nicht. Weil Usena kommen. So, wir können heilen. Tor können wir jetzt nicht nutzen. Das ist offensichtlich. So. Und jetzt hatte ich eiskalt eine Alfrieke. So, dann haben wir noch mal eine Alfrieke. Zack. Bumm. Fünf Cubes in your face. Fertig. So kann es gehen, ja. Deswegen Loki sehr geil. Es ist unfassbar. Ich hasse dieses Spiel. Hier, der Kobold ist jetzt der nächste. Der geht jetzt auf 70. Da müssen wir jetzt wieder suchen. Ich habe ein Fernrohr schon gekriegt. Also, die Jagd geht wieder los. Und ich habe Loki, wo ist er? Ich habe Loki komplett auf Defensive und Leben geskillt. ja. Er hat jetzt, also hier siehst du jetzt Defensive Leben, Leben Defensive, Defensive Leben, Defensive, Leben Defensive. Hier werde ich jetzt wieder Leben Defensive weitermachen. Das ist mir noch zu wenig Nahrung, die ich dann übrig habe. Ähm, die beiden gehen wir noch. Ich gehe bis zu dem Mana. Das heißt, wir haben jetzt noch 197. Das sind 100, 150. Ja, dann kommen wir bis hier hin. Dann sparen wir noch hierfür und dann ist er fertig. äh, prinzipiell 250 Embleme für 30 Punkte im Angriff. Er wird nicht in meiner Def stehen, deswegen lasse ich den bei, bei 17, bei 18 oder bei 19. In dem Fall jetzt bei 19, weil hier Mana ist. Ja, und dann kann ich ein bisschen mit den Truppen wieder spielen. Dann müsste ich mal gucken, was dann bei einem Mittleren, dann reicht es auch die 18er Truppe, dann kann jeder die 30er kriegen und so weiter und so fort. ja. das, äh, ist eigentlich immer noch ganz wichtig. Deswegen, da wo die, äh, Mana, ja, Abzweigung ist, noch, äh, auf 19 bei manchen Klassen, die würde ich definitiv immer mitnehmen. Ansonsten kann man sich, kann man eigentlich meistens hier stoppen und hier 125 und 250 ist halt extrem viel. Ja, also das würde ich nur bei Helden machen, die in der Defensive stehen und dann ist das auch mehr aus kosmetischen Gründen einfach, um furchteinflößend zu sein. Ja, aber mittlerweile meine Defensive, man hat sie gesehen, das sind auch welche, die haben jetzt 19. Das macht keinen großen Unterschied. Und er hat halt jetzt mittlerweile solche Werte und das denke ich, was die Defensive angeht, eigentlich sehr gut. Könnte man jetzt noch, wenn man jetzt ihm noch eine kritische Truppe geben würde, dann würde er natürlich noch länger durchhalten, aber das muss ja gar nicht sein. Ich will ja auch, dass der irgendwann dann auslöst. Er soll lange überleben, klar. Und, ähm, ja, wie gesagt, wenn, wenn die Steine kommen, dann, ähm, ist er natürlich eine mega krasse Waffe, hat man gesehen, im ersten Kampf, vor allem jetzt im letzten auch gegen Alfrieke. Er ist geil. Ja, also es macht extrem Spaß und dieses Team, was ich hier habe, das macht halt auch extrem Spaß. Also es ist jetzt auch definitiv kein Aufbauteam mehr. Das wird ein Team sein, was wir auch im Krieg nehmen werden. Und, ähm, ich bin gespannt. Ich bin da echt gespannt, wie sich das mal, das Schaf müssen wir noch ein bisschen pimpen, ja. Das, äh, muss noch ein paar Embleme kriegen. Da hapert es im Moment. Aber wenn wir da wieder was kriegen, sei es ein mythischer Titan, sei es, äh, irgendwelche, ähm, Embleme, die zum, äh, nicht zum Kauf angeboten werden, aber hier die du, ähm, ich will mir sagen, mythischer Titan, hier diese elementaren Kisten und Pipapo und sowas, alles. Da, ähm, werden wir das Schaf dann pimpen und dann werden wir gucken, dass wir das auch relativ weit nach oben bringen, ja. Also am besten, am liebsten werden wir hier so auf, auch auf 19, aber da muss man gucken, das geht ja relativ fix, ja, es sind ja nicht viele, die man da braucht, viele Embleme. Muss man mal gucken. Aber das wäre so das Ziel und dann ist das Team eigentlich sehr, sehr gut. Da haben wir Durchhaltevermögen durch, äh, das Schaf, Krampus zieht hier zur Aufmerksamkeit auf sich, Oni werden entfernt, wenn wir gegen einen Ritter kämpfen, Thor, der, ähm, auf ein, auf drei, auf alle geht von Loki, der einfach jeder ist, ne, und, oder jeden imitieren kann und da bin ich mal echt gespannt. Dann haben wir halt, äh, ne, alles auf, auf lila Tanks jetzt mittlerweile ausgelegt. Die hier, die stehen auch soweit ganz gut. Dann, ähm, gucken wir einfach mal, wie der Krieg läuft, würde ich sagen. Hat jetzt auch angefangen. Gut, Kiste habe ich jetzt leider nicht vollgekriegt, es tut mir leid, ja, ich mache dafür, äh, diese eine, die, das doppelte Match, was ich da machen musste gegen den einen, das mache ich dafür verantwortlich. Aber, falls irgendwas Grandioses drin sein sollte, ähm, werde ich es morgen, werde ich es morgen im Turniervideo dann, äh, erzählen, freudestrahlend. Aber ich gehe davon aus, dass da nichts drin sein wird. Von daher verpassen wir da auch nicht sonderlich viel. Also, in dem Sinne, wenn nochmal ein bisschen, vielleicht mache ich nochmal, ähm, hier Freundschaftsspiele mit Loki, muss ich mal gucken. Aber, ähm, das war's für heute. Wir sehen uns, macht's gut. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020